Hallo und herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Serie Amea Talks. Dies ist eine Reihe, da geht es um drei Themen. Bewusstsein, Musik und Spiritualität. Ich habe ganz viele verschiedene Gäste, die ich begegnet bin in meinem Leben oder die ich immer noch begegne, auf die ich mich freue, was die darüber zu berichten haben. Vielleicht bist du auch irgendwann mal meinem Gast. Ich würde mich freuen. Viel Spaß bei den Amea Talks.